Die Akademie für Soziale Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung erklärt Soziale Demokratie. Das ist Juliane. Sie studiert Politikwissenschaften. Mit ihrem Mitbewohner Marco unterhält sie sich über Soziale Demokratie. Davon hat Marco bisher nur eine grobe Vorstellung. Juliane erklärt ihm, dass Soziale Demokratie auf drei Grundwerten basiert. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Freiheit bedeutet, dass jeder selbst bestimmen kann, wie er lebt. Staat und Gesellschaft dürfen nicht willkürlich eingreifen. Bei finanzieller Absicherung, Bildung und sozialen Angeboten kann jeder diese Freiheit aktiv leben. Gerechtigkeit bedeutet zunächst, vor dem Gesetz sind alle gleich. Egal wo man herkommt, welchen sozialen und familiären Hintergrund man hat und unabhängig vom Geschlecht. Gerechtigkeit bedeutet aber auch, dass Juliane und Marco tatsächlich die gleichen Chancen bekommen wie jeder andere und ihre Leistung und ihr Bedarf berücksichtigt wird. Solidarität ist die Bereitschaft aller, sich gegenseitig zu helfen. Sie ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Diese Grundwerte sind aber noch nicht genau genug, um daraus konkrete Regeln für unser Zusammenleben abzuleiten. Daher stützt sich soziale Demokratie auch auf die zwei Grundrechtspakte, die die Vereinten Nationen beschlossen haben und die in vielen Ländern gelten. Marco weiß, dass es negative und positive Grundrechte gibt. Aber was ist der Unterschied? Juliane erklärt ihm, dass negative Grundrechte abwehrende Rechte sind, ihn also vor Eingriffen beschützen. Positive Grundrechte ermöglichen es ihm, seine Rechte aktiv zu nutzen. Die libertäre Demokratie verlangt, dass negative Freiheitsrechte immer Vorrang haben. Positive Freiheitsrechte werden nur gewährt, wenn sie kein negatives beschneiden. In der sozialen Demokratie werden positive und negative Freiheitsrechte gleich ernst genommen, da ohne die positiven Rechte auch die negativen manchen Menschen nicht zugänglich wären. Juliane erklärt das am negativen Freiheitsrecht Meinungsfreiheit. Marco hat das Recht, seine Meinung frei zu sagen. Damit er dieses Recht nutzen kann, muss er die Möglichkeit haben, eine eigene Meinung zu entwickeln. Dafür ist Bildung wichtig. Diese ist ein positives Freiheitsrecht und wird von allen Bürgern durch Steuern mitfinanziert. Also ein kleiner Eingriff in das Recht auf Eigentum. So ergänzen und beeinflussen sich positive und negative Freiheitsrechte. Marco hat ganz neue Seiten an der sozialen Demokratie entdeckt. Er will mehr erfahren und wird sich von nun an für seine Interessen einsetzen. Schließlich braucht Demokratie Demokraten. Mehr Informationen der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema im Seminar und Lesebuch 1 Grundlagen der sozialen Demokratie der Akademie für Soziale Demokratie und im Modul Soziale Demokratie der Online-Akademie Alles von, bei und mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Amen. Amen.